Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Video für dich und zwar ist heute bei mir diese ziemlich große, ziemlich schwere Lifestyle Box eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser wunderschönen Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Lifestyle Box wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt, deswegen wird es auch in diesem Video eine Verlosung geben, was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, sage ich dir gleich im Laufe des Videos. Die Box erscheint alle zwei Monate, kostet zwischen 35 und 40 Euro pro Box, je nachdem welche Aboform du wählst. Und du hast hier pro Box auch einen Warenwert von über 100 Euro drin, deswegen bin ich super gespannt, was sich dieses Mal hier drin verbirgt. Denn Lifestyle Box heißt, dass du hier auch tatsächlich Lifestyle Produkte mit drin hast. Also es verstecken sich tatsächlich sogar Beauty Produkte hier drin, weswegen ich sie hier auch sehr, sehr gerne auf meinem Kanal vorstelle. Denn ich mache hier hauptsächlich Beauty Unboxings und Beauty Reviews, Videos und so weiter. Aber auch die Lifestyle Box passt in dieses Bild definitiv mit rein. Das ist eine Box, die aus Österreich kommt. Sie ist grün. Grün steht für die Hoffnung, also hoffe ich, dass sich hier coole Produkte drin verbergen. So, diese Box ist eine Box, die man nicht mit Deckel und Unterbox hat, sondern eine Box zum Aufklappen. Das heißt, man nimmt hier vorne die beiden Viecher und öffnet die Box. Und hier hat man drinnen stehen, Lifestyle Box, viel Spaß beim Auspacken. Das werden wir haben, hoffe ich mal. Hier kann auch Food drin sein und alles Mögliche. Es kommt aber erstmal nur ein Duft von Druckerschwärze hier raus. Wir haben ein Seitenpapier und ein Klebi, das wir einmal öffnen. Das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und den ersten Blick in die Box. Und da ist schon mal eine geile Avocado. Yay! In diesem Heftchen stehen wirklich unfassbar viele Sachen drin. Also da stehen ein paar Produkte mit Beschreibungen drin. Da steht ein ewig, upsala, großes Vorwort drin. Das ist echt sehr, sehr, sehr ausführlich beschrieben. Deswegen werde ich das jetzt hier in diesem Video einfach mal nicht vorlesen. Hier wird jetzt Home Gardening beschrieben. Deswegen hoffe ich, dass wir hier auch tatsächlich irgendwas für Home Gardening drin haben. Wir haben draußen einen riesengroßen Garten. Also unser Grundstück ist nicht klein. Wir haben einen Teich, wir haben echt einen Kräutergarten, Gemüsegarten und so weiter. Wir haben hier sehr viel Platz. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man hier auch im Haus irgendwie so ein bisschen was Grünes noch mit reinbringt. Wir haben hier auch natürlich Pflanzen, ne? Und ja, wie gesagt, hier hast du die ganzen Produkte mit Preisen drin. Das heißt, die Preise werde ich dann auch entsprechend einblenden. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, wird mir das Magazin safe weiterhelfen. So, dann nehmen wir doch zuallererst mal das mich lächelnde Produkt raus. Und zwar ist das ein Tourenbeutel. Ja, scharf, oder? Mit einer Avocado drauf. Wie unfassbar niedlich. Da steht drauf, Be Free Avocado. Ja gut, das ist eine sportmachende Avocados. Ich finde es super scharf. Ich meine, solche Tourenbeutel sind ja aktuell auch echt im Trend, sie als Tasche zu tragen, ne? Deswegen, ich fand ja das. Ich finde es süß. Okay, was haben wir als nächstes hier drin? Sieben Dragees, Now, Brain Stimulation. Dein natürlicher Wachmacher kann ich sehr gut gebrauchen. Ich komme aktuell einfach auch echt schwer aus dem Bett. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Matcha-Extrakt, Koffein aus Grüntee-Extrakt und grünen Kaffeebohnen. Aha. Brahmi-Extrakt, Vitaminen und Mineralstoffen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Sieben Dragees, also sieben Tage. Mache ich das mal eine Woche lang und gucke, wie das so ist. Und dann werde ich im Aufgebraucht-Video davon berichten, wie diese sieben Dragees sich so verhalten haben. Unterstütze und belebe deine Konzentrationsfähigkeit und geistige Leistungsfähigkeit. Ja gut, ich bin jetzt aktuell urlaubstechnisch zu Hause. Da brauche ich jetzt nicht so die größte Leistungsfähigkeit. Geistig gesehen sage ich jetzt mal ganz salopp. Aber wir trotzdem was probieren im Urlaub. Komm. So, was ist das nächste, was wir hier drin haben? After-Party-Shots. Hoch die Hände, Wochenende. Natürlich beim Feiern. Hä? Hä? Sechs Shots für drei Anwendungen? Was ist das? Das kenne ich nicht. Okay. Ich meine jetzt aktuelles Feiern ja nicht so ultra angesagt. Man kann einen vor dem Feiern nehmen und eins nach dem Feiern. Und da sind ganz viele Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenextrakte drin. Vitamin C, B1, B2, B6, B12. Zink, Magnesium, Natrium. Weidenrinde, Acerola, Ginkgo. Okay. Die After-Party-Shots von 147. Der 147-Shot ist ein After-Party-Drink mit der Power natürlicher und hochwertiger Inhaltsstoffe. Der Drink gibt dem Körper all die wichtigen Vitamine und Mineralstoffe sowie Flüssigkeit zurück. 147 verbindet eine gesunde Lebensweise dank natürlicher Inhaltsstoffe mit einem cleveren Party-Produkt. Wahrscheinlich ist es halt wirklich, dass du deinen Mineralhaushalt wieder in Ordnung bringen sollst nach dem Feiern, ne? Keine Ahnung. Okay, ja, nice. Als nächstes haben wir hier Melisse Anti-Aging. Boah, das riecht echt. Nach Melisse und Limette. Naturseife. Mhm. Mit Kokosöl, Rapsöl, Wasser, Natron, Hydroxide, Hanföl, Mandelöl, Shea-Butter und ätherische Melisse. FÖM Naturseifen beleben Körper und Geist. Die Inhaltsstoffe wirken pflegend und sind hautfreundlich und spenden neue Kraft für trockene Haut. Unsere Naturkosmetik ist vegan und biozertifiziert. Und das finde ich interessant. Also das kannst du wahrscheinlich für Körper und für Gesicht nehmen. Interessant. Werde ich mal ausprobieren. Und dann kann ich das im Aufgebraucht-Video auch wieder zeigen. Schön, das freut mich. Mensch, hier haben wir wirklich, ne? So Beauty-Sachen auch mit drin. Senta Secret Strip. Zur Aufnahme leichter Flüssigkeiten. 50 Stück. Und hier sind mini kleine Slip-Anlagen offenbar drin. Ich persönlich verwende ja täglich immer wieder als Slip-Anlagen. Ich brauche das. Ich kann nicht ohne. Okay, ja. Winzig. Winzig klein. Okay. Oh Gott. Das soll funktionieren. Das sind so ganz, 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 ganz kleine Einlagen. Die unparfümierte Intimauflage mit Absorber aus der Verpackung nehmen und zusammenklappen. Die Intimauflage wird ganz ein... Ehhh. Ehhh. Nein. Das legt man sich nicht einfach so rein. Das klappt man sich zusammen. Und schiebt das entsprechend an die entsprechende Stelle. Das ist nicht meine Welt, Leute. Das fühlt man doch. Dann hat man das die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ich meine, nett, unparfümiert und so weiter. Aber, ähm, damit fühle ich mich, glaube ich, nicht wohl. Wenn du die ganze Zeit... Das ist... Man bewegt sich ja auch, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut funktioniert. Ich weiß nicht. Paddy ist gefüllt mit Käsekrem. Paddy ist gefüllt mit Käsekrem. So. Proteinhaltig, nicht frittiert und glutenfrei. Das sieht doch schon mal recht lecker aus. Das scheinen so... Kleine... Gletscher zusammen. Ich weiß nicht. Oh, das riecht schon mal gut. So kleine... Geschenkpaketchen... zum Naschen. Oh. Mh. Mh. Die sind richtig, richtig lecker. Pirotin. Pirotin. Winner's Stuff. Mineral Vitamin Drink. Der tägliche Drink für Alltag und Sport. Low Carb mit Cola-Zitrone-Geschmack. Und hiermit kannst du 22 mal 500ml füllen. Das heißt, 11 Liter kriegst du hier raus. Und das soll Hydration geben. Okay. Ideal fürs Training bis 60 Minuten und Fitnesscenter. Ja. Also, oder wenn man im Garten ist. Oder wenn man renoviert. Oder wenn man sich sonst irgendwie bewegt. Ich denke, das wird universell einsetzbar sein. Be Good. Mein geheimer Energielieferant. Eine Dusche mit Maulbeere, Heidelbeere und Bio-Hanföl. Zertifizierte Naturkosmetik und die Flasche ist aus 100% Recyclingmaterial. Und es ist hergestellt in Österreich. Das sieht auch schon mal interessant aus. Tanken Sie Energie. Die Be Good Energiedusche mit den wertvollen Superfoods Maulbeeren, Heidelbeeren und Bio-Hanföl bietet einen fruchtig-beerigen Energiekick. Und sanfte Pflege für jeden Hauttyp. Die natürliche Formulierung mit hauteigenen Lipiden reinigt die Haut sanft und pflegt diese schonend. Der beerige Duft macht jede Dusche zu einem belebenden und verwöhnenden Erlebnis für Körper und Sinne. Das ist übrigens erhältlich bei Bipa. Oh, das riecht super angenehm fruchtig. Hm, das gefällt mir gut. Das riecht gut. Als nächstes haben wir hier eine Deocreme Hello Simple Save the Oceans mit Limetten- und Zypressenduft. Das ist diese hier. Die ist tierversuchsfrei und vegan. Mit deinem Kauf spendest du für den Schutz der Meere. Das ist doch auch nicht. Das ist eine Glasdose. Also Glasverpackung ist hier noch verschlossen. Als nächstes haben wir hier von Brian etwas drin. Und zwar ein Power Charging 3 in 1 USB-Kabel. Und das ist ein 3 Meter Kabel. Verwicklungsfreies Kabel, besonders stabiles Material, 3 Meter Kabellänge und High Speed Charge. 3 Meter ist natürlich richtig cool. Das ist so ein Haufen jetzt hier. Ach, guck mal. Oder? Nee. Hä? Verwicklungsfrei. Okay. Hm, help. Auf der einen Seite hast du einen normalen USB-Anschluss. Dann geh das in sein Kabel rein. Und dann kommen hier drei andere Kabel aus diesem Trenner raus. Und da kannst du dann drei verschiedene Sachen mit laden. Aber das müssten drei verschiedene Anschlüsse sein. C-Typ USB, Micro-USB und 8-Pin-USB. Nee, fragt mich nicht. Ich denke für Apple, Samsung und noch irgendwas ist es garantiert. Ich habe einen Samsung A50. Passt da irgendeins von rein? Das passt auf jeden Fall dann in mein Handy mit rein. Wie ihr seht, ist es ganz schön spät. Okay, also das wäre auf jeden Fall auch für mein Handy in dem Sinne brauchbar. Und drei Meter ist ultra gut. Das ist richtig gut. Das Problem, was ich halt nur sehe, ist, dann hast du aber immer zwei über. Du hast ja nicht immer drei verschiedene Geräte, die du dann gleichzeitig laden möchtest. Das ist einerseits voll schlau gedacht und voll cool. Andererseits dann auch irgendwie... Dann haben wir hier noch etwas zu essen drin. Und zwar von Culepens Keto Granola Kakao Crunch. Das wird meinem Freund sehr gefallen, denn der mag gerne so Schokomüsli. Und das ist mit Kokosnuss, Sonnenblumenkerne, Mandeln, Süßungsmitteln, Ethy... Ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Voller Geschmack, weniger Zucker. Das ist vegan, also auf jeden Fall gesund. Lifestyle Box Edition. Ach, guck mal, die haben zusammen hier dann etwas herausgebracht. Das finde ich auch interessant. Ja, kann man sich auf jeden Fall dann mal gönnen. Und da ist Kakao, wie gesagt, ja mit drin. Ja gut, zwei Prozent Kakaopulver, ne? Ansonsten, ich würde sagen, hauptsächlich ist es halt Kokos, ne? Ja, aber es ist gesund und lecker, hoffe ich. So, und dann haben wir hier noch ein Magazin mit drin, das in Österreich 3,50 Euro kostet, wenn man sich das so im Laden holt. Und das ist The Red Bulletin, abseits des Alltäglichen. Das ist so ein Lifestyle Magazin. Und sowas steht bei uns halt auch immer... Oh, das sieht schon mal aus. Schicke Werbung, ne? Das steht bei uns immer im Badezimmer. Da haben wir einen Magazinständer. Und hier sind schöne Bilder drin und schöne Artikel. Das blättern wir dann gerne auch mal so durch. Und dann liest man sich das auch gerne mal durch. Das ist so ein sehr motivierendes Magazin, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Da dies ja eine Kooperation ist, habe ich mir auch ein paar Produkte aus dieser Box herausgesucht, die ich gerne in diesem Video verlosen möchte. Und zwar ist das dieser ziemlich coole Turnbeutel. Dann diese Party Shots. Dann habe ich hier die Dusche einmal mit drin und die Deo-Creme. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass du mir ganz einfach von diesen vier Produkten, die du hier siehst, dein absolutes Lieblingsprodukt nennst. Und ja, dann die weiteren Teilnahmebedingungen, die unten in der Infobox stehen, einfach befolgen. Und dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Verlosungen gehen bei mir immer ungefähr sieben Tage, also eine Woche. Und dann werde ich dich entsprechend benachrichten, wenn du gewonnen hast. Ja, das war jetzt die Lifestyle-Box von, ich glaube, Mai und Juni müsste das dann ja quasi gewesen sein, oder? Und ich finde sie für sporttreibende Menschen wahrscheinlich sehr, 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 sehr gut geeignet. Für junge Menschen vor allem auch sehr gut geeignet, die dann auch mal rausgehende Party machen und sich gesund ernähren. Und ich glaube, da passt die Box am besten. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!